Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenden Sie Gewalt an, wenn nötig Ich empfange hier rein gar nichts Lassen Sie mich ein Scan durchführen Ach Mist, sieht so aus, als kämen wir zu spät zur Party Jemand hat der Siedlung schon den Saft abgedreht Mir war ja einiges los Ich sehe ein paar Leichen In ein paar Gebäuden herrschen hohe Temperaturen Wahrscheinlich Brände In Ordnung, ohne Energiezufuhr wird es etwas komplizierter Sie müssen die Siedlung wieder online bringen Bevor wir die Missionsdaten extrahieren können In den Lagerhallen scheint es ein SAV zu geben Wenn es noch funktioniert, könnten Sie nach einem Energieregulator suchen Ich markiere die Lagerhallen auf Ihrem Insight Gehen Sie weiter Eine Leiche Wahrscheinlich ein Einbrecher Strom ist aus Sie müssen die Tür also manuell öffnen Kein Kopfgeld festgestellt Setzen Sie Ihr Energielinkwerkzeug beim Ladeanschluss rechts vom Eingang ein Energietransfer beendet Gut, gehen Sie jetzt in das Gebäude Eintritt in Druckumgebung Sieht so aus, als wäre keiner reingekommen Perfekt Dort drin sollte ein Scarabesser wie geparkt sein Sie haben Glück Unter der Fahrerkabine befindet sich ein Panel, das Sie mit Ihrem ARC-Karte eröffnen müssen Dort ist der Energieregulator befestigt Wir können ihn benutzen, um die Siedlung wieder hochzufahren Genau da Schneiden Sie das Ding einfach auf Super, schnappen Sie sich den Regulator Woanders würde er nützlicher sein Genau Wir wissen nicht, in welchem Zustand die anderen Gebäude sind Schnappen wir uns also ein paar Energiezellen An der Luftschleuse auf der anderen Seite des Gebäudes sollte ein Dispenser sein Unsere Auftraggeber schätzen es nicht, wenn wir irgendwas mitnehmen Wahrscheinlich, weil es illegal ist Gut, jetzt müssen Sie sich für eine Weile keine Sorgen mehr um Ihren Anzug machen Verlassen von Druckumgebung Laden Sie den Anschluss links von der Luftschleuse auf Da Sie sich im Inneren befinden, wird Sie sich sofort öffnen Energietransfer beendet Die Stromversorgung ist gegenüber, schnell jetzt Muss einen harten Kampf gegeben haben, nachdem die Verteidiger den Regulator deaktiviert hatten Ohne Strom kein Datenklau Kein Kopfgeld festgestellt Kopfgeld festgestellt Mord, Totschlag Tja, die vermisst bestimmt keiner Gelangen Sie in die Stromversorgungszentrale und schneiden Sie das Wartungspanel auf Und jetzt laden Sie wieder den Mechanismus auf Energietransfer beendet Ja, das dachte ich mir schon Für diesen Eingang benötigen Sie eine Autorisierung Verwenden Sie den Energielink, um das Panel zu überladen Ihr Akku ist fast leer, nutzen Sie eine Energiezelle Anzug aufgeladen Das macht man eigentlich nicht, aber wir sind in Eile Gehen Sie jetzt in das Gebäude Platzieren Sie den Energieregulator, um den Reaktor wieder hochzufahren Ich habe Ihnen die Konsole markiert Natürlich brauchen Sie hier eine Autorisierung Okay, Sie müssen sich ein Profil von einer der Leichen beschaffen Eine fremde Identität vorzutäuschen ist natürlich auch illegal, aber keine Sorge Ich decke Sie Rüsten Sie Ihren Profilanalysator aus und wählen Sie den Profilklonen-Modus Scannen Sie die Leichen Kein wirklich angenehmer Job, aber so ist das eben manchmal Sicherheitsprofil geklont Er ist perfekt Klonen Sie sein Sicherheitsprofil in Ihren Anzug Starten Sie den Energieregulator über die Reaktorkonsole Das wird die Siedlung wieder hochfahren Die Leute, die diesen Ort überfallen haben, merken es wahrscheinlich, wenn der Strom wieder da ist Bleiben Sie also cool Eintritt in Sperrzone Sehr gut, wir sind wieder im Spiel Bevor Sie gehen, an der Wand gibt es eine Ladebuchse Erfrischen Sie also Ihre Batterie auf, wenn nötig Sperrzone wird verlassen Der Strom läuft und Ihre Autorisierungsstufe ist korrekt Die Kommandozentrale wird sich nun öffnen Nett von den Kriminellen hier einzuheizen Sie sollten diese Feuerwässer löschen Hier ist niemand, deshalb können Sie einfach die Atmosphäre ablassen Entrauchen Sie das Gebäude mit der Atmosphäre und Kontrolle Kopfgeld festgestellt Für den gibt's ein Kopfgeld Eintritt in Druckumgebung Verging Atmosphäre Verlassen von Druckumgebung Das hat geklappt Und jetzt stellen Sie die Atmosphäre wieder her, damit Sie atmen können Kopfgeld festgestellt War wohl nicht sein erster Raubzug Hier verschaffen Sie sich Zugriff aufs Terminal Mal sehen, was wir dort finden Okay, Statusnachrichten, Infos zu den Bewohnern, wichtige Objekte Alles, was man braucht, um eine Siedlung zu koordinieren Wählen Sie den Kommando Datenport als Zielort Ihr Inset wird einen Marker setzen Genau, das ist der richtige Datenport Kopfgeld festgestellt Das Gern hat nichts erwähnenswertes entdeckt Das sich nähernde Schiff gehört den Leuten, die diesen Überfall verübt haben Sie sind bald hier Die Zeit wird knapp Schnell zum Datenport Die Geheimoperation Daten sind noch da Laden Sie alles herunter, dann komme ich und hole Sie ab Lade Daten herunter Schauen Sie mal aus dem Fenster Transfer abgeschlossen Schalten Sie Ihren Schild an und gehen Sie weiter Sie wollen Ihre Batterie doch nicht erschöpfen, bevor der Kampf beginnt Schild aktiviert Die wollen wohl wissen, wer den Strom hier wieder angestellt hat Ich zähle fünf feindliche Elemente in der Nähe Sie werden sie sehen, wenn die Luftschleuse sich öffnet Nutzen Sie jede Deckung, die sind in der Überzahl Aber Sie sind hervorragend bewaffnet Mit der Kampfausrüstung hat dieser Abschaum keine Chance gegen Sie Sie wissen ja, Laser für die Schilde, Geschosse für weiche Ziele Es sind viele, aber Sie rechnen nicht mit einem abgebrühten Soldaten mit hochmoderner Ausrüstung Wir wollen keine Eskorte auf dem Heimweg Freigabe für Angriff erteilt Wenn Sie alle ausgeschaltet haben, hole ich Sie am Landeplatz der Siedlung ab Ihr erster Treffer, weiter so Die wollen die Daten wirklich unbedingt Es kommt noch ein weiteres Schiff Ziel in Sicht So macht man das Alle Feinde wurden ausgeschaltet Gute Arbeit Ich komme gleich zum Landeplatz Sprechen Sie rein Verzeiht die Daten abzuliefern Kohlen Sie rein Ich bin nicht aufgeschaltet hier. Das nenne ich mal eine glänzende Vorstellung. Die Bosse werden begeistert sein. Nicht der schlechteste Abschlusstag, was? Der Kurs wird berechnet. Gleich erreichen wir die Befassung.